Ich hab dich mal Gronkh ohne Bart vor. Nee, lieber nicht. Es gibt Fotos davon übrigens, die geistern durchs Internet. Ich hab dich auch schon mal gesehen ohne Bart. Da ist, glaub ich, auch ein Foto ohne Bart. Ja. Das sieht man zum Glück nicht von mir. Gronkh ohne Bart geht gar nichts, steht da sogar. Ja, 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 komm. Stimmt, das war nicht, ey, das stimmt sogar. Wollen wir uns mal zeigen gerade? Kann man das zeigen? Das geht ja gerade alles... Ich kann das jetzt nicht abmachen, weil das klingt ja schon an unserer Wand. Oh, die Benchmark-Seite ist gerade leider ein bisschen down, wie es aussieht. Also da, wo man das runterladen kann, die ist wohl gerade ein bisschen down. Vielleicht hier, da ist der Gronkh ohne Bart, wo mein Finger ist. Ich weiß nicht, ob man das... Ah, das stört die Lampe vielleicht. Muss die wegräumen. Ja, das kriegst du auf keinen Fall aufs Bild. Nein, das kriegst du nicht aufs Bild. Ja, da ist er doch. Das kriegst du auf keinen Fall aufs Bild. Das sieht aus, als ob ich einen Hodenkinn aus dem Winkel. Ach, aus dem hier auch. Ich hab einen Hodenkinn. Du hast einen Hodenkinn. Ich hab so einen... Hier hast du nochmal Peter Griffin-Kinn. Der hat auch so einen... Ja, wenn man unten keine Hoden hat, dann hat man die halt oben, ne? Ich bin multifunktionell, Alter. Da träumt der Papst von. Das kannst du aber glauben. Wie die Nase sein. Das soll alles so aus sein Johannes, ne? Ja, deswegen hab ich auch so einen Zinken. Deswegen hab ich auch so einen Zinken. Das ist eine Wünschelrute, Alter. Ich kann dir im Umkreis von 10 Kilometern einen Brunnen finden. Sieht aus wie es mal so hier sein. Apropos Mobbing übrigens. Ja, bitte was? Nochmal? Apropos Mobbing. Ach ja, ich werde übrigens gemobbt von dir, ne? Wollte ich mal sagen, du dreckiges Arschloch. Das ist ein Hodenkinn. Ich finde, das sieht überhaupt nicht so schlimm aus. Obwohl das Bild auch schon alt ist mittlerweile. Was er hier hat. Das ist ja bestimmt schon 6 Jahre, 7 Jahre alt. Kommt in etwa hin. Ja, das ist ja jetzt auch nicht mehr das neueste Bild. Der wird natürlich jetzt viel besser aussehen. Ich habe ein markantes Hodenkinniger. Ich habe ein markantes Hodenkinniger würde jetzt aussehen. Ja, natürlich. Mit dem Alter hängen die so runter. Wie so ein Gockelkopp, Alter. Da kannst du ja immer mit diesen Dingern ticken, ticken, ticken. Totales Chaos. Chaosberechnung. Ja, das war auf jeden Fall Mobbing. Meg, schick mich wieder da. Mit dem Hodenkinn. Das war Mobbing und dann kommen wir zum nächsten Thema. Das war Mobbing. Das Thema musst du jetzt machen, weil ich gerade lache. Na gut.